Papa... Hä? Digga wo ist der Scheiss? Ach da... Los... Achso übrigens, willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf Youtube. Ich wollte schon gerade TikTok sagen. Fällt mir Respekt wenn du die Stun-Challenge im Yosemite schaffst, denn sie stellt deine Proximity-Skills auf einen... Ja, das finde ich auch. Oh jetzt muss ich mich sehr rühren. Oh, das ist ein bisschen... Mini-Trail Oh! Ähm... Jo... Ähm... Okay... Hä? Was ist... äh... Also das Rennen, Digga! Fuck! Ich hab nicht auf das Symbol... Ich hasse es, wenn ich nicht auf das Symbol achte. Alter, was hab ich da an, Digga? Okay, jetzt erstmal... Kommt jetzt vom Neustaus, Digga, was war das? Was war das? Okay, dieser Rucksack. Perfekt. Weil man auch safe im Rucksack da anhat. Ach du Scheiße, Digga, das wir gar nicht sehen. Oh, ich hasse es. Äh... Das ist genau. Ich hatte es... Ich hatte aber den Checkpoint, der... Ja, Mon... Ach du Scheiße, der... Also, sie kann... Ich bin so schlecht... Den... Ähm.. Abfahrtsκι... Das ist... May... Hat sich einfach das Gefühl... Mach das. Scheiße. Na jetzt 50% ... Jetzt 50%... junge alle das war ja mal genau als du scheiße ich hasse es aber man muss ja machen wo was heißt man muss ja machen aber nein 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 aber die zeit schon 16 1 20 gleich ich hoffe es war zu ende ja gut auf 90% jetzt hier noch mal 11 was hat der erste 1 12 ja gut 126 ich mal gucken jetzt hier im zweiten lauf ob ich den unterbieten kann was ich safe eh nicht kann weil ich bin so langsam alle ja gut wie wir ein ganz langsamer ohne grund der bestimmt vielleicht sich kein berg für machen einfach insgesamt keine tricks hier auch ich bin einfach perfekt runter gefahren aber das hat gebraucht hat mich dabei warum irgendwie kann ich ihn haben weil es war ja so mies knapp zum glück habe ich ihn gehabt ja das okay gleich haben wir gleich alles geschafft das ist auch wieder gut nein es hat drei löffel scheiße scheiße ja ich habe so verkackt leider kurze jahre was mache ich dran okay ach du scheiße du hast du nicht der lauf war jetzt sogar wahrscheinlich ja der zwei drei minuten lecker schlechter als er in mein erster lauf ist ach du scheiße drei minuten sogar drei minuten 1 3 minuten 2 ja aber okay gesamt das sieht es zusammen also wenn ich der das zählt das ist ja lang verwirrend alle welche 60 minuten zeit 33 minuten auf die scheiße das kann durch sich ich finde und auch maximal zwölf so knapp aber es hauptsache gut zum zu klicken drei minuten perfekt so lange zeigt ich den kunden auf die drei minuten so ein bisschen abbremsen das war das günstige auf der ganzen welt was ich da gemacht habe und hier verkehrt ich immer was mache ich sage ich will nämlich einfach nie mit und den ja ich bin so langsam drehte drei minuten 60 20 okay ich habe vier minuten ja gut da ist der letzte lauf also das ist jetzt ne ich nicht ach du schaffn okay finnisch ja gut hätte ich mir so nicht gedacht das hätte ich neben ziel was haben wir denn hier zwölfter platz ich habe doch gesagt ja gut ist der letzte platz ne und das waren alles nur mpcs oder halt bots ja gut ich bin egal weil das ja kein heißes level hochstund ich habe bald 200 innerhalb von zwei tagen in einem anderen spiel wenn es nie möglich ja das hat es gerade es war erst rechts und wir haben neue sachen habe ich habe keinen bock auf rennen das feier ich halt gar nicht wer weiß er doch nicht kommt weil ich es nicht kann haben wir noch slopestyle irgendwas gut hier nicht ja mal die sagen ich weiß gar ich habe mir gar kein teil angestellt aber egal ja gut machen wir das noch und dann ist das video auch wahrscheinlich schon vorbei habe ich gerade den kaktus kaputt gemacht wie geil nein 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 hier ist mittel aha da ist jemand am paragliden auch langweilig aber das ist nicht das andere da muss allerdings da habe ich auch nie gemacht will ich auch nicht machen aber zum glück ist das auch keine disziplin so ich weiß gerade gar nicht was das wir machen jetzt mal ding ich habe keine ahnung was das jetzt nein 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 das ist der schrott ach du scheiße oh gott digga ich habe das hoch reingeschissen ich hatte einfach nie ich habe da nie schwung ich habe ich habe einfach keinen schwung ist ja an mega was das war digga das ist nein das ist behindert warum bin ich der erste lang nein 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 oh ja komm endlich mal einen guten lauf na gut natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen mehr erfahrung als ja gut das wird jetzt beides nichts ich hasse es halt hier vor allem ist dann nur noch so eng digga man denkt vor groß ja gut vor das ist doch nicht so eng ja komm 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 das war gar nichts ach du finland ne ja finland ne finland heißt der typ herber ach du scheiß digga wo habe ich denn behaupte man hat hier so viel sprint man hat die für die ganze sprint obwohl ich die ganze benutze jetzt sind wir wieder hier am anfang nein sind sie nicht näher sind wir damit dass es hier ja gut eigentlich ist ja gut eigentlich jetzt ist schon viel dies hier obwohl war das mit dem gleichen bike oder was für ein biker bitte ein bisschen gefahren nein nein ach digga und ja digga perfekt wie lange eigentlich noch ich verstehe gar nicht was das jetzt achte achte schon das ziel zum ersten mal ist es stimmt ich habe zu ich habe sogar glaube ich auch abgebrochen ja ja schade dachte jetzt zu ohne gut ohne zu spüren am anfang habe ich jetzt so oft zu spüren ja jetzt guck ich kurz nein nein ach nee ich will über die sicht lieber 2d na da ist noch so ein ding aber nie hier ja gut hier auch das ist halt wie ich ich glaube nichts mehr ich glaube nichts mehr ne ok ähm ja ich beende jetzt das video ich glaube nichts mehr ja das war's tschüss